Auch wenn Cat Noir ein starker Charakter ist, es gab viele Momente, in denen er durch die Macht der akkumatisierten Schurken kontrolliert wurde. Zuerst in Der Valentinstag, als er von Dark Cupid getroffen wurde. Dann wurde in der Folge Ladybug in Nöten dank seiner Puppe kontrolliert. In Tiki ist krank geriet er durch den Geruch des Parfums unter die Kontrolle von Rose. In Party mit Folgen wurde er durch den Teddybär kontrolliert und hätte beinahe die Kraft Kataklysmus gegen Marinette ausgeübt. In der Folge Zombiesu wurde er von einem der Opfer geküsst und erschien plötzlich auf dem Eifelturm. Malediktator hatte auch eine Kontrolle über Cat Noir, als er von seiner Kraft getroffen wurde. Plötzlich verwandelte sich seine Persönlichkeit in eine echte Katze. Und schließlich kontrollierte eine der Mini-Malediktatoren im Projekt Oxygen eine Zeit lang Cat Noir, aber Mylene rettete ihn.